Gesättigt. Oh, geht nicht mehr. Das war's schon, ha? Dieser Scherz. Ne, da ist nix mehr los, oder? Ne, nichts mehr los. Ey, einer unserer Killerskopionen hier. Die sind, die, die sind... Alter, die sind voll weit gelaufen. Können wir hier irgendwo runter? Mach ich den Weg hier hinten noch. Komm schon, irgendwo müssen wir doch hier runterkommen. Nö. Spielsack, nein. Na ja, dann laufen wir hier runter. Ach ne, hier runter ist auch blöd. Da wollte ich nicht runter. Da oben runter, oder? Hä? Wo bin ich denn da jetzt draufgekommen? Ach, da, hier. Laufen wir so außen rum. Ja, ja. Das ist die beste... Beste... Möglichkeit, würde ich sagen. So, außen rum hier. Zack. Ja. Dün, 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 dün. Da drüben haben wir ja schon erkundet. Da war ja das alte Schlachtfeld. Ähm, ich hab da unten nicht noch ein paar Orks gehört. Die machen wir auch noch platt, hä? Ja, machen wir. Ne, leck mich doch. Die sind alle so leicht. Grube. Uh, ich glaube, die leck mich. Nö. Nö. Nö, das mach ich jetzt hier noch. Oh, da hat mich viel Gewicht gefehlt. Äh, wo läufst du hin? Da hat nicht viel Gewicht gefehlt. Cool, ähm... Und zwar nur benutzen, nicht liegen lassen. So, schauen wir nochmal durch. Vielleicht haben die Händler jetzt ein bisschen Gold. Jupp, hat er. Stärketrams, sieben Stück will ich. Regenerationstrank will ich. Will ich. He, he, sind schon drüber. Scheiße. Guten Tag. So. Ist ja ein Gegenschein, bin ich ganz ober. Okay, und was geschah? Ne, faszinierend. Und dann stehst du mir einmal in Besitz. Und okay, warte, wie viel wollt ihr schreiben? Mein Freund, ihr seid ein Held. In aller Munde. Okay, hier ne... Für 200 Gold nehmt. Wunderbar, zeigt mir eure Handelsbahn. Hier runter, hast du auch noch einen Stärketram? Du hast auch noch einen Stärketram? Äh, sonst hast du nichts, aber 2000 Gold. He, komm, das kann ich auch nicht dem einfach geben. 8000, Alter. Aber das kann ich ihm... Da wollte ich mal schauen, was besser ist. Die Rauchbomben können wir ihm auch geben. 700 Gold, okay. Wollte ich mal schauen, welcher ist besser. Äh, Magie, Blitz, äh, Wahrnehmung. Stärke, Gewandtheit, Blitz, Geist, Sicht. Das ist meiner immer noch besser. Okay, klappern wir erstmal die kleinen Händler ab. Die nicht so viel Gold haben im Normalfall. Geht einfach nicht. Wahrnehmung, Leben, Leben. Tod vortäuschen. Feuerresistenz. Okay, die haben einfach auch wirklich nichts. Ha. Den Garten hab ich. Hast du bitte wieder mehr Gold? Du müsstest jetzt mittlerweile auch mehr Gold haben. Nein! Das kann doch nicht wahr sein. Schmied? Ich repariere auch gleich mein Zeug bei dir. Hallo. Es ist doch nicht mehr so viel zu verkaufen. Die zwei will ich loswergen hier. Mehr ist es doch gar nicht. Alter, nein, das kann nicht wahr sein. Naja, repariern wir mal unser Zeug. Vielleicht hat er doch ein bisschen mehr Gold. Weil 700 Gold, 300 Gold, 700 Gold. Das kostet auch schon einiges. Wenn man so durchschaut. Das hat er 2000 Gold. Was kann ich denn verziehen? Mehr nicht. Mehr geht einfach nicht. Geht nicht. Geht einfach nichts. Könnte nicht wahr sein. Ich bin leicht genervt gerade, dass die Händler euch wirklich miet. Bitte, geh mal kurz zur Seite. Ah, den Kampfstab. Ist zwar schlecht verkauft, weil der nicht so viel einem gibt, aber... Was wollen wir denn machen? Ähm. Übersichtskarte. Man hört's. Ich tue meine Katze schnell wieder weg. Wir gehen in den Garten, ha? Ja, wir gehen in den Garten. Gut. Haben wir das Buch schon für den Garten? Buch der Pfad des Lebens von Nemris, den Weisen. Ich glaub schon. Buch der Pfad des Lebens. Ich tue meine Katze. 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 In den Garten. Ich tue meine Katze. Ideation lässt sich verschieden. Wie eine Münze. Aber es gibt auch noch den Rand. Wahrheit. Okay. Müssen wir mal kurz davor nochmal durchlesen, damit ich auch gut durchkomme. Ich denke schon, dass es das Richtige ist. Ich denke schon, dass es das Richtige ist. Ihr seid hier. Ich habe den Schlüssel zum Garten. Nein, nein, nein. Bringt mir uns nicht zum Schlüssel. Äh, nur einfach sucht, sondern seid ihr neuer Meister. Wir werden sehen. Herrlich. Mhm. Ab und zu mal Alt drücken mit. Vielleicht ist ja irgendwas hier. Ja. Schaut aber nicht so aus. Ist das einfach nur ein Garten vielleicht? Stinknormaler Garten. Uh, da kommt noch nicht weiter. Ja, schaut so aus. Wir lesen trotzdem nochmal das Buch hier. Vielleicht braucht man es ja. Ähm, von Nemris dem Beißen. An Mangel an Wissen schwerwiegende Folgen haben. Außerdem den Grund ist, dass im Leben Erfahrung zu sammeln. Jede Situation lässt sich von verschiedenen Seiten betrachten. Genau wie eine Münze, die zwei Seiten und einen Rand hat. Wenn euch nur eine Seite bekannt ist, werdet ihr euren Urteil fast immer falsch gehen. Wahrheit ist ein Verb, kein Substantiv. Um sie zu erfassen, bedarf man eines beweglichen Geistes und ihr müsst willens sein, die Dinge ständig aus unterschiedlichen Blickwinkeln zu beleuchten. Ihr müsst alle Möglichkeiten gleichwertig betrachten. Gut, böse und neutral. Was ihr als gut betrachtet, gilt einem anderen Wesen als böse. Und umgekehrt. Kann das Böse für euch für andere gut bedeuten? Es gibt nichts, was allgemein Anspruch auf Wahrheit hat. Ihr müsst geprüft werden, um die Belohnung zu erlangen. Okay. Weiß auch nichts. Ist da was? Die Statue kann ich anklicken. Ah ja, ich spüre die Nähe des Buches. Meine Jünger. Ja, natürlich. Ich bin einer der Jünger, habe den Lehren verstanden. Das Leben ruft auf einem einzigen Fundament. Benennt es. Erfahrung. Zwei gegensätzliche Dinge bestimmen das Leben zu gleichen Teilen Wahrheit und Lüge. Okay. Okay.